... hat gegen Ende dann auch ein bisschen die Kraft gefehlt, wir hatten gewichs... ... gewichs... sorry... gewisse Wechsel... Entschuldigung... Was habt ihr? Was macht ihr in der Kabine? Look, 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 look at this, somebody come look at this. Mund ein bisschen trocken, ja? Wir hatten gewisse Wechsel, hatten wir geplant, die wir da nicht durchführen konnten, weil... ... weil beispielsweise Armin sich verletzt hat und auch andere Spieler. Dann... Ich weiß jetzt, was die Schalke machen.